Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von, oh fuck, ich werd hier fast gesehen, äh, zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare 2, ja und wir sind wieder hier bei der einen Mission und ich bin noch nicht mal fertig, weil hier Feinde sind und ich muss kurz, äh, schneiden, ähm, musste kurz was ausschalten, ähm, wo war denn der Typ, der hier grad ankam, hab ich doch irgendwo gesehen. Ah, Tobi, äh, ja hier ist keiner, äh, weißt du, lügst mich ja an, hier ist kein, ach, dort, dort, da hinten, yo, oh fuck, ah, stehe hier lang, oh fuck, ja, 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 keine Sorge, ich bin ein bisschen verbraucht, danke, danke, das ist so, scheiße, man, das ist auch echt ärgerlich. Gut, dann. Meister, was, dann klettern wir hier auf das Dach. Bei jedem diesen Spiel, in diesem Storymodus fühlt sich auch echt langsam an. Fuck. Jawohl. Da vorne. Ja, komm. Fünf. Oder? Ist da noch einer? Zählen kannst du. Bist du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Käpt'n. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Konzentration, Jungs. Ja, Ma'am. Komm mir nicht mit Ma'am. Ich bin immer noch schneller als du. Kankerländer im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüft das nächste Gebäude. Gleiches Spielgericht. Da haben wir so ein bisschen Luft. Du kannst reinstürmen, die Oberlichter nutzen oder Trenngas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Okay. Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Ich hab Ladungen. Ah. Na, gucken mal. C4. Okay, dann würden wir diesmal abgekackt und irgendwie mein Audio, also meine Stimme wurde nicht aufgenommen mehr. Aber ich bin ja wieder da. Und es gab einen Rant. Also, keine Sorge, ich bin kurz ausgerastet. Habt ihr aber nicht gehört. Gut. Ähm. Ja, ich wollte hier reingehen. Irgendwo war ja eine Tür. Okay, hier nicht. Wo ist denn hier eine Tür? Ich hoffe, hier gibt's überhaupt eine Tür. So, bitte gib mir eine freie Tür. Hier. Dann mach mal hier auf. So, doppelt tippen eh. Okay, ich schleich mich rein. Oh. Uiuiuiui. Die kommen ja direkt mit Granaten hier an. Spreng doch die Tür gleich komplett auf. Einer geht raus mit ihm. Ich muss es händen, gehen doch. So. Da ist auch noch einer. Treffer. Gut. Da. Hab noch einen. Na, aber da war noch einer. Bruthaus ist sicher. Okay, ist sicher. Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Seh dich um, vielleicht findest du was. Okay, bin dran. Erstmal brauche ich Munition. Wo ist Munition? Äh. Alter. Was zum Henker? Hier stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Ja. Jetzt weiß ich, wieso du mich allein losgeschickt hast. Tja. Na, wenn das mal alles heißen soll. Achtung. Das hier ist nicht wie der andere Raum. Hier gibt's wirklich Fische. Ach, wirklich. Aber ich suche grad Munition. Also, als ob es hier denn nirgends Munition gibt. Entweder bin ich blind auf beiden Augen, oder hier gibt's halt wirklich keine. Negativ. Such weiter. Noch nicht. Ich will keine neue Waffe. Gut. Dann halt nicht. Dann müssen wir halt mit zehn Munition umgehen. Gott, hier gab's was. Hab was gefunden. Was? Blaupausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Das ist ein guter Plan. Ja, ich hab wie gesagt nur ins Wohnmunition gefunden. Das soll ich nicht wundern. Boah, schön die Tür aufgestürmt. So, und über den Zaun. Bryce, wo bist du? Ah, da ist er. Gut. Dann nehm ich auch die Sniper. Wir sind ein kleines Team. Wenn Sie Verstärkung rufen, wird das schnell unbequem. Wir haben hier eigentlich nichts zu suchen. Sonst wären wir mehr. Das stimmt, Kate. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Wieso holen wir nicht gleich so viele Snipers? Wenn Sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharfschütze. Das ist dein Ding, Käpt'n. Wie Fahrradfahren. Bravo an Watcher. Wir sehen den Fuß des Leuchtturms. Positionieren uns hier. Scanne das Gebiet durch dein Visier. Gut, gleich Spiel wieder. Variabler Zoom ist auf diese Entfernung sehr praktisch. Na klar. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Ja, ich muss erst mal gucken, wen ich erst erste schieße. Ziel entfernen und vorrücken. Die Äußeren wieder. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Äh, das war das hier. Ein Todesfall. Netter Schuss. Danke. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Der ist auch allein. Zweieinhalb Striche. Und tot. Hab ihn getroffen. Noch ein toter Narko. Der kommt gerade aus PUBG. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Okay, dann werde ich den erst mal später töten. Zwei andere können ihn sehen. Ja, hier auch. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Ihr Kumpel ist weg. Du ein, ich ein. Zweieinhalb Striche. Drei, zwei, eins. Ausgeräuchert. Jawohl. Guter Scheiß. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Ziel auf den Kopf. Und das war's mit deinem Leben. Falltreffer. Gut geschossen. Jawollah. Gut. Ähm, na na na. Nein, können wir noch ausschalten. Der da. Es ist nur er. Zwei Striche. Und tschüss. Direkt ins Ziel. Die Jagd auf Sicarius ist eröffnet. Gut, der geht da jetzt weg. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Warte, warte. Er geht ja jetzt weg. Zweieinhalb Striche. Das war's. Nicht übel. Gut, dann können wir die Beine ausschalten. Wie viele Striche? Na, ich mach jetzt einfach zweieinhalb. Oh, das war sogar richtig. Nice. Die unten dort. Schalt ihn aus. Ich nehme den anderen. Zwei Striche. Sauberer Treffer. Guter Scheiß. Das Schild hätte mich fast behindert. Äh, gut. Gut, ich glaube die ersten sind nur die, die wir... Okay, dann posiziere ich mich neu. Stell ich mich mal da weiter hinter. Das könnte Price ja auch mal machen. Aber warum muss ich das immer machen? Na gut. Machen wir's einfach. So, hier. Schalte zwei auf einmal aus. Ich nehme den anderen. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Was? Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Okay, war das vielleicht doch nicht die perfekte Position? Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Dann kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen. Gut, ich nehme jetzt nur mal eine bessere Position ein. Ich dachte, das wäre gut gewesen. Weil der hat so gesagt, ja, schalte zwei aus. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann ist das die beste Zeit, zwei auszuschalten. Und der beste Ort. Gut. Jetzt aber. Bin in Position. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Ja, jetzt hat das gepasst. Na, bei der Arbeit. Auf der Straße da unten tut sich was. Genau wie ein Profi. Oh ne, nicht wieder sowas. Auf. Gut, dann legen wir uns wieder irgendwo auf den Brunnen hin. Hier in so einem Busch. Sie halten an und steigen aus. Ich muss was sehen. Kann ich reinzoomen? Oh, nicht die Waffe rauszuholen. Hä? Hä? Äh. Was ist mit denen da los? Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. Habt ihr das gerade gesehen? Das war, hörst du das? Bestätigt. Gers, sprechen Sie Arabisch? Ja. Ja. Habt ihr gerade den Typen gesehen? Der ist irgendwie, äh, hat der gerade alle die Aladin-Kräfte benutzt, Alter. Der ist einfach weggesweeped. Piu. Hey Jungs, na, macht ihr noch ne kurze Wanderung? Ja. Ist auch mal schön. Ist ein schöner Ort, wo man ne Wanderung machen kann. Aber bitte nicht zu mir. Geht schon, da mehr. Ja. Geht schon, da mehr. Ja. Das lagert die. Irgendwas Arpanisches. Gut, das wird wahrscheinlich drei Minuten dauern. Oh, Jungs, hier geht ja noch zurück. Oh, Jette. Und seid ihr hier denn fertig? Ich will weitergehen. Okay, es sieht gut aus. Warte, ich bleib mal in Gebüsch und mach mal die Sniper raus. Moment, drei andere sehen ihn. Die können weggehen. Ich will keinen ausschalten, ich will einfach nur warten, bis es kommt. Vorsicht, er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Bryce, halt mal in die Fresse. Ich will nur sehen, ob die jetzt gehen. Ja, schön abhauen, ihr scheiß Kerl. Alcatala. Was für ein Terroristen. Verschwindet. Vorsicht, er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Ja, hat er gerade jemand geschossen? Der ist gerade gesehen. Ganz merkwürdig. Ja, steigt schön ein. Tschüss, Jungs. Vorsicht, er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. So, die steigen gleich auch rein. So, der andere. Der geht auch gleich rein. Ja. Schöner Tag für euch. Jetzt könnt ihr aber schlafen gehen. Sie sind weg. Du kannst dich bewegen. Jawohl. Das war knapp. Nein, war es nicht. Ich vermute, es ist Alcatala. Hassans Männer. Wenn Hassan Soldaten hier hat, dann läuft irgendwas. Oder lief. Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh da hin und überprüfe sie. Ich habe doch gesagt, dass hier Alcatala im Laufenden ist. Na gut. Oh, guck mal, da ist ein Auto. Können wir da mal rumfahren? Ich hoffe schon. Ah, schade. Leider nicht. Leider können wir hier nicht einsteigen. Und mit dem Fahrrad? Nein, nein, auch nicht. Ah, hier sind die Leute, die ich abgeschossen habe. Tut mir leid, Leute. Ich musste euch abschließen. Ihr standet nämlich im Weg. Gut, jetzt wahrscheinlich wieder das gleiche wie vorher. Und zwar aufbrechen. Also, rein mit dem C4. Und zwar in drei, zwei, eins. Ganz vorsichtig. Da sind sehr viele Feinde. Gut, einer. Oh, der ist gepanzert. Aber auch weg. So, ich habe mal drei ausgeschaltet. Vier. Nicht Granate werfen. Fünf. Garage sicher. Ich habe was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay, bin dran. Ich dachte, die Russen jagen Al-Katala. Weil die Al-Katala hat ja auch noch so Russland angegriffen. Na ja, verwirrt mich alles hier. Gut. Hier können wir auch wieder einbrechen. Welche? Oh, ich kann Indos kopieren. Gucken wir mal rein. Die... Oh, die erwarten uns. Na gut. Dann los geht's. Drei. Zwei. Eins. Und Tränengas. Einer getroffen. Oh, das war gut. Oh, 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 oh. Schnell, schnell wieder raus. Raus, raus, raus. Und Tränengas. Was? Ja, da kann ich nicht viel machen. Also da kann ich ja wirklich viel nicht machen. Oh Mann. Lass die Jura. Ich kann nicht... Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe. So, jetzt haben wir raus hier. Okay, nicht... Nicht hier reingehen, sondern woanders. Weil das sind so viele gepanzerte Leute. Da habe ich keinen Bock. Kann ich hier nicht irgendwie den Strom ausschalten? Nee. Schade. Gut. Wo kann ich denn noch rein? Hier. Eine Doppeltür. Und drei, zwei, eins. Äh. Ich wollte kein zweites werfen. Okay. Drei, zwei, eins. Was? Was? Oh. Mann. Ich bin aber auch ein Dummkopf. Ich stehe vor der Tür, Alter. Na klar, schießen die doch gleich. Äh. Alter. Was ist denn los mit mir? Da kann ich auch rein, aber ich... Nee. Gehen wir schon hier außen. Jetzt aber richtig. Ja, den habe ich. Das sind aber noch welche. Einer getroffen. Eieiei. Gut. Hier wohnen die anscheinend. Sehr interessant. Ist hier noch einer? Nee. Sieht nicht so aus. Gut. Das Gebäude ist ja größt. Ah. Hab noch einen. Junge. Kommt doch mal klar. Noch ein gepanzter. Treffer. Treffer. Weg. Granate. Scheiße. Nutze Drehengas. Innenraum sicher. Das reinste Schmugglerparadies. Was siehst du? Tote Feinde und unzählige Pakete voller... Was auch immer. Drogen vermutlich. Raketen. Negativ. Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da, Gas. Ich stoße zu dir. Wir müssen... Haben wir schon geschlossen? Wir haben schon gesichert? Oh, gut. Was kann ich hier durchsuchen? Ich habe hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe, du ziehst. Okay. Okay. Kate, wir haben den Durchgang. Gute Arbeit. Sieh dir das an. Jackpot. Zur Info. Boote nähern sich meiner Position. Brauchst du Hilfe? Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Mir nach. Steige ihn ab. Gut gemacht. Kartelle lieben Tunnel. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Und sie sind auch schön beleuchtet. Ey, wirklich die Beleuchtung in diesem Spiel sieht so schön aus. Das ist echt gut gemacht. Ganz schön weitläufig. Muss zum Wasser führen. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ende. Naja, aber du bist nur eine Person. Ich kann immer noch sehr viele töten. Gesichert. Sicher. Was zur Hölle? Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schafft es nie über den Atlantik. Kate, wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen. Keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay, wir kommen. Gas. Richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatala. Sie haben Waffen. Oh nein, Kate. Kontakt! Greife an! Oh, Kate! Fuck. Geht in Deckung. Wir kümmern uns darum. Scheiße! Sie entern! Kate! Kate! Last one! Fuck! Fuck! Okay, den einen hab ich getroffen. Scheiße, ich seh nicht, was da los ist! Scheiße! Sie haben die umzingelt. Kein Ausweg! Alcatala ist an Bord. Sie wollen das Boot oder mich. Doch, volle Steak! Doch, volle Steak! Und der Lenn ist das, Lama! Nein! Kate! Kate! Fuck! Nehmt eure dreckigen Hände weg! Laswell! Laswell! Sie ist auf dem Alcatala-Boot! Sie entführen sie! Sie haben sie, Captain! Sie haben Laswell! Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden! Ja! Na los! Na los, mich auch hoch! Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's! Ein Lebenszeichen. Woher stand das? Ur-Six-Tahn. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Almazra. Sind sie im Untergrund, verlieren wir sie. Wir führen das Team an. Das werden sie nicht tun, John. Wiederholen, General? Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavalerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sanduhr. Ich weiß, sie sind sauer, Captain. Es war auf ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann ihnen nicht helfen. Aber ich halte sie auch nicht auf. In zwölf Stunden ist sie zurück. Sterben sie nicht, John. Laswell würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Al-Katala in ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Laswell. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Nick! Bury! Bury!